Europa ist hier in Schleswig. Mein Name ist Max Tripphaus. Ich bin Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH. Mit Europa sind wir eng vernetzt. Symbolisch dafür stehen unsere Netzausleger durch die EU gefördert. Sie dienen unseren Einheimischen und Gästen zur Entspannung und Erholung. Am 9.6. wählen wir Europa. Ich bin dabei. Bist du es auch? Moin. Ich gehe am 9.6. für Europa wählen. Was ist mit dir? Ich bin Helge Schütze, Stadtmanager der wunderschönen Bickinger Stadt Schleswig. Am Anfang waren diese beiden Halbschalen und unter anderem durch Mittel aus Europa konnten die sich daraus entwickelnden Ideen und Wünsche realisiert werden. Aus dieser ersten Idee haben wir eine innovative, einzigartige und dauerhafte Aktionsbeleuchtung für die Schleswiger Innenstadt entwickeln. Individuell programmierbar kann die Ladenstraße mit mehr als 100 durch LED-Technik energiesparenden Lichtbälle bunt und effektvoll beleuchtet werden. Dafür war die Unterstützung auch durch Europa notwendig. Europa ist auch hier in Schleswig. Und damit wir auch künftig alle ein bisschen mitbestimmen, was in Europa unterstützt wird, gehe auch ich am 9.6. für Europa wählen. Was ist mit dir? Moin. Ich bin Martin von Sprechelsen. Ich bin ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Tumwut. Unsere Gemeinde ist sehr ländlich gepflegt und liegt direkt an der Schleifung, wenn man hinter mir sehen kann. Hier in Sisewü erneuern wir gerade unseren Zweianleger, der wirklich böse in die Jahre gekommen ist. Im wahrsten Sinne des Wortes stehe ich auf Europa, denn die Bohlen hier unter mir und der ganze Schleianleger, der hier gerade neu gebaut wird, ist gefördert worden von Europa und ohne diese starke Förderung wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Das wäre schade gewesen, weil unsere Gemeinde ein Wahrzeichen verloren hätte. Das Fall ist also hier vor Ort. Was machst du am 9. Juni? Gehst du zur Wahl? Steckst du auch die Mitte in Europa? Ich werde das tun. Am 9. Juni sitze ich bei uns im Wahlvorstand und warte im Wahllokal auf dich. Wir sehen uns am 9. Juni.